Es macht mich so fertig, diese Stelle. Das war's für mich. Ja, ja! Nein! Was? Immer noch nicht! Willst du mich forschen? Das war eine perfekte Serie. Und es reicht trotzdem nicht, weil ich zu wenig Super gemacht habe. Weil ich zu wenig... Ach komm schon, was ist denn das für eine... Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt habe ich eine perfekte Serie hier gemacht und dann zählt das nicht als volle... Okay, jetzt möchte ich mal was wissen. In der Demo... Ja? Wenn ich jetzt hier die Demo abspiele, würden die auch auf 999.000 kommen. Nein, falls ja, dann hängt es wirklich nur noch davon ab, wie gut ich es super mache. Und dann sage ich es. Und dann... Ja? 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 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Ja. Wir schaffen es auf dem Modus einfach. Das ist... Also theoretisch ist es also auf jedem Modus möglich, oder wie? Was wollt ihr mir damit sagen? Gut, ich hatte nicht sehr viele. Super. So. Ich probiere es einfach nochmal mit einer perfekten Serie auf diesem Modus. Als ob das so einfach wäre. Ich sehe, was ich toll finde, wenn die jetzt in diesem Spiel halt noch nachträglich Songs adden würden oder sowas. Ich meine, letztendlich, die Story ist ja nicht viel gewesen. Und wäre eigentlich ganz cool. Ich meine, das wäre eigentlich auch nicht das Problem, wenn sie einfach nur nachträglich Songs adden würden. Das finde ich schon cool. Aber bitte nicht als kaufbares DLC. Das ist hier. 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 Wieder nicht Aber es war wieder nah dran Ich brauche mehr, super Wie viele gute hatte ich denn jetzt? Wie gut war denn die Performance allgemein? Das wollte ich von A doppelt plus Okay Immer noch 30 gut 300 Musiklevel gespielt, aha Danke für diese Errungenschaft Dann zählen er es auch doppelt Wir probieren es nochmal Ich habe immer noch die Ich habe immer noch den Stolz Ich es auf normal schaffen möchte, mindestens Ich weiß, ich könnte es wahrscheinlich Auf einfach noch leichter machen, aber Das war die Ahnung Freeze! Zasta! Take that! Untertitelung. BR 2018 Erich! Sieg! Erich! Sieg! 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 Oh ja, 900.000! Yes! Ich hab's geschafft. Endlich! Uh! Ich mein, das Lied ist super. Es gefällt mir nach wie vor, aber die Challenge ist so schwer. Oh, sogar A-Trippel-Plus. Beste Bewertung. Uiuiuiuiui. Ah. Okay, gut. Endlich. Jetzt haben wir noch das Rockstars-Team. Melodie der klirrenden Schlüssel. Okay, insgesamt mindestens 250 Regenbogen. Achso, insgesamt. Okay, insgesamt ist die so schlimm. Triff alle Tantziele auf Profi. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das insgesamt Zeug, das kann ich auch einfach so sammeln. Wenn ich alle Tantziele einmal geschafft hab, dann, ja. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich hab schon verkackt. Eigentlich müsste ich mir erstmal angucken, wie nochmal genau das Lied war und wo alle unsere Montanziele sind, um das jetzt zu wissen. Aber naja. Moment, The Other Promise. Okay, hat das einen deutschen und englischen Namen, weil es hieß doch gerade nochmal Liederklärenden Schlüssel. Okay. 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 Okay, das habe ich verfehlt. Eine falsche Taste gedrückt. Ja, das wird eine Weile dauern. Aber wenigstens das Lied auch schön. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das habe ich wieder nicht geschafft. Weil ich irgendwie komisch drücke... Ich sollte es mir wirklich erstmal komplett angucken, ne? Ah, okay. Dieses Mal versuche ich es komplett durchzugucken. Egal, ob ich verliere Vorsage oder nicht. Einfach mal, um das Lied nochmal komplett zu hören und zu sehen. Einfach mal, um das Lied 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 zu sehen. Okay. Ein einziger Song. Nicht wahr? Zwei Sterne, genau. Ich weiß ganz genau, wo dieser eine Song ist. Das ist der 0.2-Song. Ganz am Anfang. Den habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Okay. Wir sind erst im blauen, jetzt muss ich zum grünen. Hier ist das grüne. Okay. Da ist er. Okay. Einmal Schattenlöcher. Äh... Wieder Profi nehme ich an. Ja. Und das waren alles Sternenziele. Mit Super oder Höher. Okay. Gut, das ist unser Ziel jetzt. Alle Sternenziele mit Super oder Höher treffen. Puh. Na dann. Ist auch ein sehr geiles Lied. Ist auch ein sehr geiles Lied. Das war's. Was war's gut? 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 Das war auch gut Mist Mist Das war auch gut Super 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 Ich möchte meine Atems doch noch nicht verschwenden, wenn's nicht klappt, irgendwie. Ich möchte meine Atems doch noch nicht verschwenden, wenn's nicht klappt, irgendwie. Ich glaube, das war auch wieder gut. Okay, das war gut. Ich möchte meine Atems doch noch nicht verschwenden, wenn's nicht klappt. Ich möchte meine Atems doch noch nicht verschwenden, wenn's nicht klappt, irgendwie. Ich glaube, das war gut. Bitte sag mir, dass es geklappt hat. Wenn die letzten drei geklappt haben, hab ich's vielleicht geschafft. Ich hab's leider nicht genau perfekt gesehen, aber ich glaube, es war alles super. Ja! Okay. Puh. Wird lang gedauert, aber... Ich habe jetzt alle Karten... Äh, alle Sterne, alle Missionen geschafft. Ich hab 100, 354 von 354 Sternen. Alle Sterne sind auf Maximum. Super. Okay. Äh, dann wird's als nächstes... Zum Item schmieden gehen. Das ist das... Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir...